Aber erstmal muss ich immer gucken, dass ich hier den... ...den Superschützen, äh... ...so, ich hab gerade keinen, äh... Au! Guck mal, da unten, da möchte ich gerne hin. Kann ich da hinlaufen? Haha, ich kann. Ja, ja, ihr schießt immer in der Gegend rum. War ich hier schon mal? Ah, hier kommt das Steinchen, ne? Hier kommt, glaube ich, ein Steinchen runtergerollt. Oder auch nicht. Da ist was zu holen. Ähm... Frau, aber Loch voraus. Das klingt irgendwie nicht gut. Äh, so. Ich glaube, wir gehen nochmal nach oben. Weil da saß doch jemand, der Kartograf oder irgend sowas. Oder die Kartografin. Hinten? Ja. Ja, denk mal über deine Taten nach. Und dann reden wir nochmal miteinander. So. Ah, die Kartogra... Der Kartograf... Die Kartografin wollte ich gerade sagen. War es eine Kartografin? War es ein Kartograf? Auf jeden Fall, äh... Dings gezeichnet. Karten. Unabhängig vom Geschlecht. Das kann man ja machen, wie man will. Da muss man auch nicht die Fernseherin anschalten oder mit der Staubsaugerin den Boden aufräumen. So. Sehr schön. Und auch zweckmäßig. Tolle Aussicht voraus. Aha. So. Ich wollte aber dann nach unten. Was hast du denn verloren, Kumpel? Ein Lebensteinchen. Sehr schön. Das ist... Nur noch der da hinten, der... Wo ist der denn hin? Na, okay. Dann gehen wir erstmal hier wieder runter. Weil ich will... Ach, da unten ist noch einer. Den will ich haben. Naja. Nicht hier. Ne. Hier natürlich nicht. Aber... So, Kumpel. Das klappte ja schon mal ganz gut. Und was hier? Versucht links. Ah. Hier ist Le Vig. Eine Titanitscherbe. Gut darüber nachdenken. Wie gut darüber nachdenken. Und was steht hier? Sackgasse. Die alte Sackgasse. Was sind denn das für... Für... Subwoofer... Äh... Pfeile, die er da verschießt. Die Lederhandschuhe waren teuer. Das sind nämlich Gucci-Schuhe. Äh, Handschuhe. So. Einmal rauf. Gucci-Schuhe. So günstig. Gucci. Ah ne, Markenschuhe. So günstig, ne? Gucci. So. Ich glaube, ich werde einmal verlevelieren. Und werde nach Majula zurückkehren. Nach Majula. Eine Krumm-Axt. Eine Bronze-Große-Axt. Hallöchen! Ja, ja. So. Erstmal aufsteigen, bitte. Ich mache hier auch einen auf Niederknien. Äh, Konstantinopel. Und, äh, Geschick. Guck mal, da machen wir 70. Angriff, Geschick. 70 und Giftbonus und Blutbonus. Ja. Und bei Konstitution machen wir nur Ausdauer. Ich glaube, wir machen mal Geschick. So. Dankeschön. Bis später. So. Jetzt weiß ich nicht, soll ich wieder zu Niemands werft? Oder soll ich, äh, zu dem Es regnet, äh, grüne Geschichten darunter? Ich glaube, ich bin mal versucht, ähm, die grünen Geschichten hier zu machen. Da müssen wir hin. Einmal hin und, äh, wieder zurück. So. Ich hätte ja auch reisen können, am, am Lagerfeuer. Aber ich dachte mir, komm, muss ja nicht unbedingt sein. Bearer of the Curse. Würde ich mir auf ne, äh, äh, auf ne, auf ne Dings schreiben. Auf ne Visitenkarte. Guck doch mal in die andere Richtung. Kann ich dich angucken? Was hast du denn für einen Lappen da auf dem Kopf? Aber er guckt mich auch an. Er guckt in meine Richtung. Und er hat auch einen fulminanten Bart. So wie ich. Der Jägerhain. Der Jägerhainrich. Guck mal hier, da unten. Zu dem Baum will ich. Und sie, äh. Naja, ihr seid. Ihr seid ja un, äh, bedarft. Sag ich mal. So, Gott sei Dank habe ich den da nicht, äh, getroffen. Da kommt da gleich der Nächste. Ja, bitte nicht übergeben hier gleich, ne. Auch wenn du nicht mehr so gut aussiehst, aber. Ich finde den ja witzig. Ist das nicht der gleiche? Also nicht der gleiche, aber nicht derselbe, sondern einer, der dem anderen gleich, der auch mir die Fackel gehalten hat? Aber was bei dir? Ja, das Lachen ist natürlich schon mal immer ein gutes Zeichen. Ich glaube, das ist nicht gut. Oh. Ich glaube, das ist auch nicht gut. Ähm. Guck mal, da unten leuchtet was. Wir haben nichts miteinander, ne. Wir haben kein Beef. Wir sind gute YouTuber. War ja gar nicht schlimm. Ich dachte, jetzt kommt da was. Na? Wie hängt es sich? Wie hängt's? Ähm. Guck mal hier. Hübsch. Würde ich ja fast einziehen wollen. Aber. Ich habe genug, äh. Uah. Folgen von Schnäppchenhäuser gesehen, um zu wissen, wie das ausgeht. Meine Güte, meine Güte, meine Güte. Wieso steht da an dem Baum was? Können wir den Baum hauen? Oh. Hilfe? Wie Hilfe? Tod? Ja. Kann ich auch nicht helfen. Vielleicht können wir dem ja hochhelfen, dem armen Typen, der da so hängt. Guten Tag. Saman. Hä? Jetzt mal bitte nicht hier so. Wir können hier über alles reden. Aber das ist, äh... Das ist alles nicht so nett. Ist der denn jetzt da unten... Oder kommt der wieder hoch? Oder... Ich sehe ja gar nichts. Oh. Guten Tag. Wo kommen sie denn alle her? Gehen sie mal lieber wieder weg. Nein. Oh, komm schon. Der ist ja richtig schnell. Den einmal aufgespießt. Deswegen will ich, äh, dieses zweite Schwert haben, weil damit kann ich gut zustechen. Weil wenn ich nämlich hier mache, treffe ich nämlich nichts. Deswegen ist mir das zuwider. Ein Schild zu... äh, in die Hand zu nehmen. So. Da ist auf jeden Fall schon mal auf. Ja. Nimmst mal bitte die Keule aus der Hand. Oh. Guck mal hier. Können wir dir helfen? Oh. Nein. Ich wollte dir helfen, Kumpel. Ich bin mit dem Vorsatz hierher gekommen, dir zu helfen. Guck mal, da regnet es schon wieder raus. Ah, meine Güte. Komm doch da nicht um die Ecke. Diese Scheiße. Sammann. Nein, 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 nein. Öh, ich will hier schnell wieder zurück. Oh, ein Feuer. Erst mal was trinken. Meine Güte. Habe ich mich gerade erschrocken. So. Guck mal hier. Tontöpfe gehen auch kaputt. Meine Güte. Wo kam denn der plötzlich her? Kommt der um die Ecke? Alter, Vater. So, ist der da jetzt nochmal? Weil eigentlich wollte ich da was einsammeln. Ne. Den hat es offensichtlich auch dahin gerafft. Da ist noch ein Augapfel. Der geborstenen Art. So. Und wir müssen jetzt natürlich... Guck mal, da ist auch eine Tür. Äh, Vision von Händler? Ne, ich will einfach die Tür aufmachen. Komisch. Achso, jetzt ist keine, gar keine Tür. Ist, äh, zugeschlossen. Und ich sehe gar nichts. Hier kommt man ja nicht mal irgendwie runter. Außer, Mann. Und dann hat er noch Giftpfeile. Was für ein arschiger kleiner Mann. Oh. So. Erstmal Flammenschmetterling. Ja, klar. Oh. So. Wo kommen die alle her? Ja, Lebenstein. Auch. Auch alles hübsch. So. Da hinten ist noch einer. Den habe ich doch eben gesehen. Huch. Ich will dich anvisieren. Ja, genau. Dich. Meine Güte. Wo kommen die alle her? Was wollen die? Weggehen sollen sie. Ein Banditenmesser. Komm hierher. Also, ich komme zu denen. Fang Streit an. Und dann wollen sie mir plötzlich ans Leder. Dann ist, äh... Das ist doch nicht die feine Englische. Guck mal hier. Hier ist eine Treppe. Bestimmt gut mit einer halben Energieleiste, äh... Äh, hallo? Ich sehe nichts. Ah, das macht mir irgendwie Angst. Ich trinke mir mal ein bisschen Mut an. Öh, ja. Ich bin mal kurz weg. Ihhh... Hopp. Könnt ihr denn... Treppen... Äh, Treppen sag ich schon. Leitern erklimmen. Ding, 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 ding. Ja, ja. Ich sehe dich schon. Bye.